In die Waffe! Oh, ich kriege jetzt die Tickets! Tickets für meine Tickets! Die letzten Meter! Zehn! Neun! Acht! Und noch einmal hier. Zieh Leinlauf! Zieh Leinlauf! Wuhuuuhuu! Boah! Boah Schatz! Wir waren jetzt 3, 4 Stunden schneller als angedacht! Ich bin mal! Ich bin ja allein! Boah, Raruda! Ohne Scheiß! Ich zieh so den Hut vor dir! Ja, ich hab so Respekt! Also, bisher bei allen, die da waren, so als Frau hier, du hast so mega Gas gegeben für die EM-Tickets! Ich gönne sie dir so sehr! Wie fühlst du dich? Freust du dich? Oh, danke! Das ist so geil! Ich kann das gar nicht beschreiben! Ich bin so glücklich! Ja! Ja, und mit dir an meiner Seite war das echt total cool! Danke! Ja, bitte! Das hat mir auch so viel Spaß! Was das Tolle ist, der Ball steht jetzt mal! Das ist nicht, der Kind ist aber entspannt am Fuß! Ja! Die ganze Zeit hier so dazwischen so dribbeln! Ich würde sagen, Raruda, wir feiern jetzt ein bisschen deine Karten! Ja! Und ich hoffe, du genießt und ich wünsche dir super viel Spaß! Oh, danke schön! Oh, das ist so toll! Ich glaub das gar nicht!